Zitate vom heiligen Pater Pio Gib Acht, dass du nie den Mut verlierst, wenn deine geistigen Schwächen dich zu sehr bedrängen. Wenn Gott dich Fehler machen lässt, dann nicht um dich zu verlassen, sondern nur um deine Demut zu festigen und dich in Zukunft wachsamer sein zu lassen. Es ist besser, wenn du dich vor Gott erniedrigst, als zu verzagen und mutlos zu werden, wenn er die Leiden seines Sohnes auferlegt und dich, deine Verwundbarkeit, fühlen lassen will. An ihn musst du dein Gebet der Ergebung und der Hoffnung richten, wenn du schwach gewesen und gefallen bist, und ihm für die vielen Wohltaten, mit denen er dich auszeichnet, danken. Heilige Pater Pio, bitte für uns. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.